Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hearts of Iron 4. Weiter geht's hier mal mit dem Kampf um Europa und später auch um die ganze Welt. Das letzte Mal hat mal aufgehört, indem wir Frankreich und Großbritannien annektiert oder als Vasallenstaaten eingesetzt haben und wir haben angefangen einen Kriegsgrund gegen die Tschechoslowakei auszuarbeiten. Da sind wir momentan bei 3 von 30 Tagen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen noch einiges umstellen und einiges aufräumen. Und zwar fangen wir mal als allererstes an mit den Armeen. Hier möchte ich jetzt die beiden Armeen hier hinten von der großen abspalten. Die werden dann sozusagen die Aufpasser, die Grenzbewacher, die Grenztruppen. Die beiden markieren jetzt hier und sagen die einfach, die möchten einem neuen Feldmarschall zugeordnet werden und die nehmen auch einen. Da haben wir jetzt hier drei zur Verfügung und ich würde mal sagen, ich nehme den hier, der hat nochmal 30% mehr, kann man auch später noch was geben, mehr eingraben. Die ist auch nicht ganz so wichtig, die stehen ja nur an der Grenze. Die haben auch nicht wirklich was zu tun. Es ist so, die haben ja noch einige falsche Templates. Da möchte ich gerne, da habe ich jetzt ja alle markiert, ja alle beide Armeen und da möchte ich die Divisionen gerne in das normale Infanteriedivisions-Template umändern. Dann sind alle gleich. Und dann gehe ich auch immer her über den Feldmarschall und sage Shift und dann hier nochmal trainieren lassen. Da sind ja ein paar noch nicht fertig, die sollen das schon mal machen. Ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Was aber schon mal auch machen können, ist sich an die Grenz zu begeben. Das geht jetzt hier über den Feldmarschall, dann das Grenztool und dann einfach hier. Dann fächern die sich automatisch an der Grenze auf. Eine Armee bis zur Hälfte hier und die andere Armee da drüben. Also die teilen sich da optimal auf. Das ist der große Vorteil aus meiner Sicht. Hier kann man mit dem Feldmarschall eine größere Grenze optimal bewachen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel später diese Grenze hier bewachen müssen. Das wird dann irgendwann der Fall sein. Dann reicht eine Armee auf keinen Fall aus. Da brauchen wir mehrere, die dann hier aneinandergereiht sind. Und das geht halt über diese Sache hier optimal. Wo wir gerade dabei sind. Grenzbewachung. Ich plane, so viel Grenze wie möglich mit Russland zu erobern. Das wird dazu führen, dass ich letztendlich alles, also am Anfang gehen wir hier lang. Auch bis hier runter. Tatsächlich bis hierher. Hier ist auch noch Grenze. Alle diese Grenze und diese hier. desto größer unsere Grenze ist, desto leichter ist es für uns dann auch tatsächlich die Grenze zu durchbrechen. Weil ja dann die die Sowjetunion, also die Russen müssen dann halt praktisch ihre Divisionen auch aufteilen und nicht nur hier stapeln. Wenn wir hier so eine kleine Grenze haben, ist es äußerst schwierig da durchzubrechen. Ja und wir wollen ja sowieso erobern. Also trifft sich das ganz gut. Trifft sich das ganz gut und wir müssen ja dazu aber auch viele Armeen ausheben. Ich mache mal noch eins und zwar hatte ich jetzt hier schon mal gesagt, ich überlege, ob ich das mache und ich mache das auch. Ich werde jetzt hier einfach die Gefechtsbreite auf 20 einstellen für alle Divisionen. Da sieht man auch hier, was es kostet. Aber wir haben von allem, von allem genug da. Passt schon. Du kriegst ja auch nur fünf Punkte. Die ist ja noch optimal ausgestattet. Aber ich werde, genau das wollte ich eigentlich machen, ich werde jetzt hier anfangen Armeen auszuheben. Das wird noch nicht so bald der Fall sein. Also ich glaube anderthalb Jahre würde ich jetzt mal schätzen, dauert es um diese ganzen Länder hier alle zu erobern. Vielleicht noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich nehme mal an, so ganz, ganz grob, diese fünf Verteidigungsarmeen werden ungefähr fertig werden, wenn ich ja auch fertig bin mit dem Rest. Ich plane das mal so ganz grob. Ich werde deswegen die auch hier nicht vorher rausholen. Ich lasse die hier zu Ende trainieren, bis zu dem normalen Trainiert-Status hier drin. Wir müssen ja auch ein bisschen mit den Materialien haushalten. Das muss ja auch alles hergestellt werden. Das werde ich dann auch gleich noch ein bisschen anpassen. Wenn wir sie zu früh rauslassen, dann haben wir ständig Materialmangel. Aber wir brauchen ja auch Material für den Kampf, der ja noch bevorsteht. Also ein klein wenig haushalten. Als nächstes mache ich mal die Flugzeuge. Hier die Küstenjäger, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Die schicke ich einfach mal an die Küste, da wo sie hingehören. Nein, Quatsch. Ich würde die um den Hafen schicken. Und diese alle hier markiere ich jetzt mit Shift. Linke Maustaste. Dann haben wir jetzt alle die parat. Die schicke ich mir schon mal hier drüben hin, wo sie wirken sollen. Allerdings stelle ich den Naval Strike hier aus. Das Schiffe versenken stelle ich aus. Weil hier gibt es ja nicht so viele Schiffe zu versenken und nicht, dass die dann irgendwann mal ab und zu von ihrer Mission zurückkommen und ganz traurig sagen, wir haben leider keine Schiffe gefunden. Tut mir leid. Hat nicht gepasst. Ich weiß leider echt nicht. War nur Spaß. Ich weiß nicht genau, wie das unter der Haube tatsächlich funktioniert. Ich meine, dass jedes von diesen Geschwadern, habe ich mal irgendwo gelesen, pro Tag zwei Gefechte fliegt. Und dann nimmt sich das Heer 1 von hier oben, glaube ich. Also nage mich aber nicht darauf fest. Da gibt es so viele Sachen, die unter der Haube, die nirgendwo beschrieben sind, tatsächlich. Ja, die kann man vielleicht manchmal erlesen oder erahnen oder so. Aber ja, auf jeden Fall müssen sie hier keine Schiffe versenken. Deswegen nehme ich die Option einfach raus. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wie sieht es aus? Wir haben hier sogar fast wieder 100 Flugzeuge und wir produzieren demnächst auch mehr. Ich werde mal hier noch eine Jägerstaffel ausheben. Und zwar, das hatte ich ja noch nicht gezeigt, kann man hier auf einen Flughafen klicken. Dann gibt es hier so einen Knopf, eine neue Staffel. Dann wählt man aus, was man denn in die Staffel reinpacken möchte. Da geht natürlich immer nur dieselbe Sorte. Also nehmen wir jetzt hier einmal die Fighter. Der nimmt dann aber auch alle anderen jetzt hier. Da sind jetzt zwei verschiedene Sorten von den verschiedenen Ländern, die wir erobert haben. Das macht aber nichts. Ich drücke immer hier drauf, auf dieses eine rüber und nicht auf dieses hier. Das würde nämlich immer alle senden. Wobei das jetzt hier auch wurscht wäre, aber wenn wir später einen größeren Stapel haben von, was weiß ich, mehreren 100 oder so, dann wäre das nicht so Vorteil, auf jetzt hier 500 hier rüber zu schicken oder gar 5000, wenn man ordentlich produziert. Kann auch sein. Ich hätte immer gerne, wie gesagt, diese ganzen hier auf 100 eingestellt. Deswegen nehme ich immer erst eins. Und dann nehme ich wieder über dieses lustige Menü hier. Stelle ich es hier auf 100 ein. Set Limit. Kann natürlich auch 400 machen und dann wieder mit der Teilerei arbeiten. Aber im Moment haben wir ja nur 100. Also von daher stelle ich es auch so ein. Dann okay. Dann erscheint es jetzt hier auch. Und das dauert aber einen Moment, bis dann die restlichen Jäger auch noch reingepackt werden. Ah ja, Low Supplies. Achso, weil die sich jetzt alle hier tummeln. Die sind jetzt alle, die, weil die hier, weil die hier rumstehen, das sind diese Supplies low. Oh, die sind ja jetzt hier am rübermarschieren. Das passt schon. Ich habe gerade nur gewinnert, dass das hier kommt. Okay, also hier die Flugzeuge kann man aber jetzt schon einstellen, während die noch am Deployen sind. Also die Missionen und dann auch, wo sie hin sollen, das machen den Rest dann. Ich werde die auch nicht trainieren lassen. Die müssen dann im Kampf trainieren. Machen wir mal gerade die Armee hier weiter. Das hatte ich noch gar nicht gemacht. Genau. Und hier haben wir nämlich noch offen, dass die hier noch Elite auf Elite umgestellt werden müssen. Das heißt, ich habe jetzt ja nur die beiden hier aktiviert und stelle die auch auf Elite Template um. Genau wie ich das hier vorhin mit den anderen gemacht habe. Da fehlen jetzt ein paar Hobbitzen, aber das ist nicht so schlimm. Und ich werde die auch fertig trainieren lassen. Da fehlt ja nur noch ein ganz klein wenig. Und ich werde die an diese Grenze auch stellen. Allerdings nicht an die ganze Grenze, sondern nur an den Teil hier. Weil die Tschechoslowakei hat starke Verteidigungsanlagen an unserer, an der Grenze zu Deutschland und an der Grenze zu ehemals Polen. Hat es gar keine Verteidigung. Von daher werden wir mit den zwei Armeen praktisch hier rein marschieren. So haben wir ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Verluste, weil wir nicht gegen die Forz laufen müssen. Das zeige ich dann aber, wenn es soweit ist. Die können aber ein bisschen trainieren, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Alles gut. Und die müssen ja sowieso erstmal hierher transportiert werden und hierher fahren. Jetzt machen wir mal noch die Fabriken. Wir haben ein paar übrig und wir werden demnächst ja auch noch ein paar mehr bekommen. Und ich weiß, dass ich noch einiges an Armeen ausheben werde, so wie ich sie eingestellt habe. Das heißt, ich muss die Produktion ordentlich hochfahren. Die 20 hier reichen auf keinen Fall. Das heißt, ich werde es mal hier auf 35 einstellen. 35 Fabriken nehme ich mal an. Schwer zu sagen. Dann machen wir mal 30. Wir starten mal mit 30. 30 ist okay. Ich werde die hier auch mal auf 20. Genau wie die da. Die leichten Panzer werde ich auf 25 einstellen. Die hier lasse ich so. Da brauche ich wirklich sehr wenige. Und die Flugzeuge stellen wir mal auf jeweils 5 um. Das ist zumindest schon mal eine klein wenig Verbesserung. Müssen wir mal schauen, wie es denn mit den Fabriken weitergeht. Erstmal müssen wir auf jeden Fall das hier oben abdecken. Unsere Armeen müssen ausgestattet werden. Das finde ich tatsächlich wichtiger. In dem Zuge können wir auch mal hier noch das Handeln von Ressourcen umstellen. Wir haben ja momentan Wolfram oder Tangsten in Englisch mit Schweden am Handeln. Das stelle ich mal aus. Weil da kriegt man ja nur 8 pro Fabrik. Und wir haben ja hier einen Vasallen. Und wenn man da eine Fabrik schickt, dann kriegt man 80. Genau dasselbe hier. Die German East Indies. Oh, da war schon eins eingestellt. Zack. Machen wir kurz Pause weg. Da sieht man jetzt hier, wir handeln momentan nichts außer die beiden 80er hier für jeweils eine zivile Fabrik. Das ist schon in Ordnung. Wo ich das hier gerade sehe, da bin ich noch nicht drauf eingegangen. Und zwar gibt es hier ein Menü. Das ist aber, da werde ich auch nicht wirklich detailliert drauf eingehen. Weil ich weiß es auch letztendlich gar nicht so ganz genau, was wo tatsächlich das Beste ist. Also es ist auf jeden Fall so. Ich gehe mal auf das Grobe nur ein. Hier oben kann man einstellen, welche Garnisonstruppen denn in allen anderen Ländern, in allen Ländern, die man so besetzt hat, eingesetzt werden sollen. Und das ist im Moment die normale Infanteriedivision. Das kann man hier für alle und hier auch individuell. Aber ich stelle es mal für alle um. Umstellen und die Infanteriedivision ist aber eigentlich nicht optimal. Und zwar deswegen, da ja da diese Support-Companies noch mit drin sind. Also die Hobbitzen und auch die Pionier-Companies, die mit dem Spaten. Und die bringen aber nichts hier bei der, ja, bei der Garnison. Und wir haben, als wir Österreich angeschlossen bekommen haben, da haben wir die schnelle Division bekommen. Und das ist so ein bisschen die kostengünstigste, optimalste wenigstens für den Anfang. Hier sieht man die Kosten pro Unterdrückungspunkt. Das sind 30. Das ist hier das Beste in der ganzen Liste. Und auch hier die Manpower pro Unterdrückungspunkt. Das sind 500. Das ist bis auf die Panzerdivision auch die Beste. Deswegen stelle ich das jetzt hier mal hier um. Das heißt, das spart uns Manpower und auch Ressourcen. Jetzt ist es so, hier bin ich nicht ganz sicher, was hier wirklich das Beste ist. Man könnte sagen, im Großen und Ganzen ist das Civilian Oversight, also zivile Regierung, schon gut. Gut, allerdings für die Länder, die jetzt hier so einen hohen Widerstand haben, wäre es wahrscheinlich besser, das Local Police vorzunehmen oder gar was anderes. Und zwar die Werte hier vorne bedeuten, letztendlich für das, was eingestellt ist, wird die Zahl hier, also der Widerstand, reduziert. Das ist die Zahl hier vorne. Also bei Civilian Oversight ist es nur 10%, also relativ wenig leider. Allerdings ist es so, dass es hier nur 50% Garnisons-Truppen kostet. Also wenn man das hier weiter unten einstellt, muss man einfach mehr Truppen aufwenden, bis auf bei dem hier. Das ist halt auch der Unterschied hier. Allerdings ist es so, dass die Compliance hier weniger gut steigt. Das bedeutet das hier, die Compliance, also letztendlich der Zuspruch, also da gibt es ja dann so, vielleicht ein Teil der Bevölkerung ist total dagegen, dass wir die annektiert haben. Und ein kleiner Teil wird mit der Zeit überzeugt, dass es doch gar nicht so schlecht wäre. Aber wie gesagt, das ist fast zu viel hier, das hier genau drauf einzugehen. Ich würde das mal generell auf Civilian Oversight lassen. Allerdings kann man jetzt hier zum Beispiel auch nach Resistance sortieren. Und ja, das hier drüben, ganz ehrlich, lange Zeit nie, das habe ich hier nie benutzt. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, dass das hier drüben so ein Ding ist. Aber zum Beispiel bei Polen würde ich sagen, da könnte man tatsächlich überlegen, dass man von Civilian Oversight auf Local Police Force umstellt. Ganz ehrlich. Weil dann wird dann hier der Widerstand einfach gedrückt. Die sind momentan relativ am Rebellieren. 30 Prozent, die machen auch viel Ausrüstung kaputt hier von den Garnisonen und auch Fabriken. Ich denke mal, wir lassen das mal so. Wir haben jetzt also, lange Rede kurzer Sinn, wir haben jetzt hier oben die schnelle Division eingestellt. Und nur bei Polen haben wir im Moment dann halt die Local Police Force umgestellt. Den Rest haben wir so gelassen. Das ist ja das lange, kann man sich lange drüber auslassen. Da gibt es auch so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Also im Langen, auf lange Jahre gesehen ist das eine besser als das andere und so weiter. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich will einfach nur die Resistance hier ein klein wenig drücken. Das passt schon. Jetzt haben wir hier noch die Schiffe. Und das ist mir beim Durchschauen so aufgefallen, dass die nahezu alle oder ganz, ganz, ganz großer Teil stark beschädigt sind. Und die stehen aus irgendeinem verrückten Grund auf Never Repair. Also niemals reparieren. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich meine nicht, dass es von Anfang an so ist. Ich meine aber auch nicht, dass ich es selber umgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das Naval Invasion Supporters umgestellt hat. Keine Ahnung. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich würde es auf jeden Fall jetzt umstellen auf Reparaturpriorität hoch. Das heißt, die Schiffe fahren selber, wenn sie reparaturbedürftig sind, ins Reparatur-Dock. Und ich würde auch dieses hier aktivieren. Das heißt, sie splitten sich von der Flotte ab, wenn sie repariert werden müssen. Und das heißt, die ganze Flotte muss dann nicht immer unbedingt in das Reparatur-Dock. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das hier so eingestellt war. Habe ich jetzt erst gesehen. Also stelle ich das jetzt um. Und in dem Atemzuge werde ich auch hier die Anzahl der verfügbaren Werften für Reparatur hochstellen auf 10. Die werden allerdings nur verwendet, wenn tatsächlich Reparatur ansteht. Also jetzt, aber halt während des restlichen Spiels sicherlich nicht mehr ganz so viel. Es wird dann hier drüben abgezogen, aber nur während der Zeit der Reparatur. Nicht permanent. Das ist also schon in Ordnung. Das lassen wir so laufen. Genau, die Flugzeuge hatte ich ja rüber geschickt. Jawohl, die hatte ich rüber geschickt. Und hier die neue Staffel ausgehoben. Da werden ja wieder ein paar erstellt. Ich habe hier die Fabriken gemacht. Jawohl, die Truppen habe ich gesendet. Okay, dann werden wir mal hier auf 4 stellen. Und es einfach mal weiterlaufen lassen. Genau, das ist immer diese Meldung hier oben, das ziemlich hohe... Allerdings da drüben in... Ja, hier drüben. Also das ist nicht wirklich so... Also, naja gut, ich habe das schon mal gesehen, dass das hier ist, aber das nicht wirklich verwendet. Keine Ahnung. Das haben wir durch irgendwelche Annexionen bekommen. Oder wir hatten es von Anfang an sogar... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss ich jetzt tatsächlich zugeben, in der Region war ich schon mal, aber nicht sehr häufig. Aber ich klicke das jetzt einfach weg. Ja, das ist mir wurscht. Passt schon. Wobei, wobei jetzt, wo ich drüber spreche, können wir doch eigentlich jetzt hier... Stellen wir es hier einfach auch oben auf. Local Police Hoster. Haben wir das jetzt nur davon? Alles klar. Wie gesagt, hier wirklich alle Aspekte zu kennen und auch wirklich jeden Knopf und alles exakt erklären zu können, ist wirklich eine Mammutaufgabe, muss ich sagen. Ich habe schon eine gewisse Idee von allem oder von vielen Sachen. Natürlich, ne von allem es Quatsch auch von vielen, aber wirklich detaillierte Sachen zu jedem Punkt kann ich leider auch nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, es läuft schon irgendwie. Jetzt haben wir hier eine weitere Forschung fertig. Die Flugzeuge, allerdings würde ich jetzt erstmal hier nicht weiter forschen. Ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall die mittleren Panzer als nächstes angehen, damit wir die mittleren Panzerhaubitzen danach dann erforschen können und dann auch bauen können, um einfach diese beiden hier nochmal ein bisschen stärker zu machen. Zumindest ist mein Plan, nicht alle diese Divisionen mit den mittleren Panzerhaubitzen auszustatten. Allerdings ein paar davon, das ist ja auch nicht schlecht, wenn dann ein paar davon super stark sind. Das haut schon gut rein, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. So, weiterlaufen, umgestellt habe ich jetzt die Forschung. So, die versammeln sich jetzt hier. Ich muss mal schauen, dass ich halt kurz bevor wir losschlagen tatsächlich auch das Trainieren ausschalte. Jetzt fällt mir noch was ein und zwar, ist mir das schon mal passiert, und zwar wenn wir angreifen und auch die, unsere Alliierten, also nicht die Alliierten, sondern unsere Puppets und Alliierten mit in den Krieg rufen, dann wird Australien ja anfangen, hier drüben was einzunehmen. Also mindestens diese Insel hier und wenn sie die hat, dann manchmal auch hier noch irgendwelche anderen, das möchte ich doch gerne verhindern. Das heißt, ich werde ganz am Anfang meine Alliierten nicht mit in den Krieg rufen, sondern erstmal hier nur die alleine machen und hier drüben an die Grenze welche hinstellen. Und da trifft es sich ganz gut, das habe ich glaube ich auch noch nicht gezeigt, dass man ein Land seine Truppen entreißen, äh, dass man sie übernehmen kann, nicht entreißen, dass man sie übernehmen kann. Und die haben schon mal vier, die sind nur sonst wo unterwegs, die sind hier drüben, keine Ahnung was die da machen wollten, aber hier drüben sind sie doch irgendwie besser. Wobei, ne hier, sie wollten, na gut, die eine wollten jetzt hier, aber sie waren da drüben, genau, sie haben wahrscheinlich geholfen bei der Übernahme von Afrika und sind jetzt wieder hierher unterwegs. Das heißt, ich werde jetzt hier eine neue Armee erstellen und auch die einer neuen Kategorie zuweisen, die nennen wir dann auch mal so, wie sie am besten passt. Und hier einfach mal Asien. Dann geben wir denen auch einen General, hier den, den Erwin von Wetzleum, der ist nicht ganz so wichtig, dann nehmen wir jetzt einfach irgendeinen. Wie gesagt, sagen wir, bitte hierher fahren. Da ist man sich sicher, dass sie wirklich da jetzt, da dahin fahren als schnellstes und sagen dann hier an die Grenze. Allerdings sind vier Truppen recht wenig und die sind auch relativ schlecht ausgestattet. Eins, zwei, drei, genau, sie brauchen fünf. Die müssen fünf Territorien, also mindestens, beschützen, sodass die, dass die, dass die Australier nicht hier rein, ja, hier angreifen und uns dann hier die ganzen Gebiete wegnehmen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr, vier erreichen also nicht. Dann gehen wir einfach her und fragen mal England, ob die nicht ein paar für uns überhaben. Und dann nehmen wir jetzt einfach noch mal fünf Requestforces, fünf. So, tut mir leid, ich muss ja ein paar von euch mal abzwacken. Aber die sind ja gerade hier zum Beispiel, sind gar nicht so weit weg, also die könnten ja auch sonst wo sein. Und die lasse ich jetzt auch hierher fahren, sofern sie denn unterwegs sind. Und indem ich sie dann hier der Armee zuweise, werden sie sich ja automatisch an dieser Grenze hier aufstapeln. Das heißt, wir haben dann fünf gute, die werden sich dann hoffentlich auch anständig hier verteilen. Und die hier vier, wenn wir später mal noch ein bisschen was einnehmen wollen hier, dann haben wir ein bisschen Manövriermasse sozusagen. Allerdings ist es so, dass dieses Gebiet hier arg schlecht versorgt ist. Und da werde ich jetzt als erstes mal drauf eingehen. Und zwar die Versorgung eines Gebietes, hauptsächlich von solchen kleinen Inseln, wird über den Hafen mit der höchsten Stufe geregelt. Also wenn man hier mehrere Hafenhäfen hätte, die fünf haben, bringt das nichts. Also das würde er einfach nur einen von den beiden nehmen. Und man sieht das auch hier. Man sieht das hier, das sind so die Linien, die dann gezeichnet werden, wenn tatsächlich Versorgung notwendig ist. Im Moment ist hier nichts, weil hier sind keine Truppen da. Nehme ich mal an, dann braucht auch kein Schiff fahren natürlich. Die zivilen Schiffe sind hier nicht angesagt, sondern wahrscheinlich nur die militärischen. Ich werde also diesen Hafen hier mal ein bisschen verbessern. Wir machen einfach mit Shift wieder hoch hier, ne, auf 10. Und ich werde auch die Infrastruktur hier voll ausbauen. Und dann haben wir hier einfach keine Probleme, weil wenn man die hier herstellt und man macht das nicht, dann melden die sich ständig, dass sie Mangel an Versorgung haben. Und das wollen wir ja nicht. Das ist ziemlich nervig. Dann kann man die beiden jetzt hier einfach mit der Maus nehmen und können sie hochpacken. Oder man kann auch hier den Pfeil nehmen mit Shift und dann werden sie ganz nach oben transportiert. Das heißt, unsere Fabriken, wir haben momentan hier vier 15er Teams an zivilen Fabriken. Das ist ja schon ganz ordentlich für den Zeitraum, finde ich. Die sind dann hier am Machen. Die werden also diese beiden jetzt hier zuerst fertigstellen und danach dann hier weiter erledigen. Das ist schon in Ordnung. Das finde ich ganz gut, wenn das hier, wenn das hier, ja, nicht mehr, keine Aufmerksamkeit, wenigstens in dem Sektor bedarf. Okay, so, jetzt lasst mal mal schauen. Und wie weit sind wir jetzt hier? 17 waren wir ja. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Schauen wir mal, wie die Truppen aussehen. Genau, die haben sich schön aufgestapelt. Die sind noch unterwegs. Ja, passt schon. Eine Forschung ist wieder fertig. Mal gucken, was wir da nehmen. Dann nehmen wir hier Ausgrabung wieder, dass wir mehr Ressourcen in unserem eigenen Land finden. Das ist schon in Ordnung. Nehmen wir mit. Ist zwar jetzt nicht so unbedingt notwendig, aber es schadet nichts. Wer weiß, wenn wir noch mehr Fabriken bekommen und noch mehr Ressourcen brauchen, um was herzustellen. Also schaden tut es auf jeden Fall nicht. Dann ist hier der nächste Fokus fertig. Der Vierjahresplan. Das ist ja hier drüben. Also mein nächstes Ziel ist das fünfte Forschungsteam. Das werde ich jetzt hier über die Autarkie, dann hier drüben über noch mal neue Fabriken erforschen, erfokussen. Die Autarkie ist auch gar nicht mal schlecht. Die gibt auch noch mal Bonus auf einige Forschungen hier. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, 25 von 30. Das heißt, ich werde jetzt hier überall das Trainieren abbrechen. Nicht, dass die dann ohne Moral, ohne Organisation dastehen. Das wäre ja nicht so gut. Also der Plan ist, wie gesagt, im Grunde genommen hier Europa als allererstes einzunehmen. Und wir werden es so machen, dass wir immer dann, wenn ein Kriegsgrund fertig ausgearbeitet wurde und wir den Krieg letztendlich diesem Land dann auch erklären, in der Zeit direkt den nächsten Kriegsgrund ausarbeiten lassen. Die grobe Zeit ist immer so zwischen 10 und sagen wir mal 30 Tagen, die jedes braucht. Und ich meine, manche Länder fallen schneller als andere. Manchmal ist man an dem anderen aber noch am Kämpfen, während dann schon wieder der nächste Kriegsgrund schon fertig ist. Das kommt unter Umständen vor, weil manche Länder sind ja auch größer. Manche Länder sind auch schwieriger einzunehmen, aufgrund auch ihrer Topologie, wie hier zum Beispiel. Da seht ihr schon, dass das auch in diese Richtung geht. Also ja, dann ist es nicht schlecht, wenn man den Kriegsgrund immer weiter ausarbeitet und man dann einfach, zwischendem man hier am Kämpfen ist, gleich noch ein weiteres Land auch einnimmt. Das werdet ihr dann schon sehen. Das geht dann Schlag auf Schlag sozusagen. Also wir werden kaum Pause haben, bis tatsächlich dann auch alles hier freigeräumt wurde, um dann Richtung Sowjetunion oder Richtung Russland zu marschieren. Das wird aber noch einige Zeit dauern, wie gesagt. Oh, dann sehe ich, wir sind schon wieder bei knapp 25 Minuten. Dann warten wir jetzt noch kurz, bis wir hier tatsächlich die Tschechoslowakei angreifen. Tut mir leid, dass es jetzt hier wieder nur Gelaber und Eingestelle war. Aber naja, für euch geht es ja auch direkt weiter nach dem Video. Ist ja egal, ob es jetzt stoppt macht oder nicht. Aber ich würde jetzt gleich eine kurze Pause machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch ein klein wenig gefallen hat, dann könnt ihr ja beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, ciao, ciao.